Hallo und herzlich willkommen bei Botts Sports Tickets. Freut mich vielmehr, dass ihr eingeschaltet habt. Vor dreieinhalb Jahren hat Polar die Vantage M2 herausgebracht. Eine etwas abgespeckte Version der Vantage V2. Jetzt bringt der Hersteller die Polar Vantage M3 raus. Und diese unterscheidet sich von der Vantage V3 gar nicht so sehr. Wo jetzt die Unterschiede zu den hochpreisigeren Modellen liegen und was die Uhr alles kann, das habe ich euch in diesem Video zusammengefasst. Aber natürlich schauen wir uns auch meine Ergebnisse zur Pulsmessung und GPS-Messung an. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Die Polar Vantage M3 gibt es in zwei Farben, Sand und Schwarz und kostet 399,90 Euro. Die Polar Vantage M3 hat eine Gehäusegröße von 44,7 mm und ist 12,2 mm dick. Das Gewicht liegt bei 53 Gramm bzw. 35 ohne den Armbändern. Das Display ist ein 1,28 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 416 x 416 Pixel und wird bis zu 1500 Nits hell. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, die Lünette ist aus Edelstahl und das Display wird von einem Gorilla Glass 3 geschützt. Duat auf der einen Seite drei Knöpfe und auf der anderen Seite sind zwei. Bei der GPS-Navigation gibt es alles, was man sich wünscht. Duat einen Dual-Band-Chip und unterstützt alle gängigen Satellitensysteme, und zwar GPS, Clonass, Galileo, Baidu und QZSS. Darüber hinaus ist sie bis zu 50 Meter wasserdicht und hält Temperaturen von minus 20 bis 50 Grad aus. Was die Sensoren betrifft, so gibt es einen optischen Herzfrequenzmesser auf der Rückseite. Es kann damit ein EKG erstellt werden, das dient aber nur zu Informationen, ist also nicht zertifiziert. Die Hauttemperatur kann gemessen werden. Weiters gibt es auch einen Barometer, einen magnetischen Kompass und einen Beschleunigungssensor. Bei der Uhr startet man natürlich am Watchface und kann dann ganz typisch für Polar durch die diversen Seitenblättern, solange bis man dann wieder am Watchface ankommt. Das Ganze kann man natürlich auch mit den Tasten machen, indem man die einfach drückt in die eine oder in die andere Richtung. Schauen wir uns mal die ganzen Seiten im Einzelnen an. Hier kommt man zu den Aktivitäten. Wenn man hier draufklickt, sieht man eben, wie viele Schritte man gemacht hat. Die Aktivitätszeit, Herzfrequenz, höchste und niedrigste des Tages und die ganzen verbrauchten Kalorien. Aufgeteilt in den Stoffwechsel, Aktivität und das Training. Auf der zweiten Seite kommt man zu seinen aktuellen Aktivitäten. Wann man die Woche trainiert hat und wie viel man die Woche trainiert hat. Wenn man hier reingeht, sieht man Distanz, Kalorien etc. Der nächste Punkt ist neidlich recharged. Der ist zweigeteilt in Schlafstatus und ANS-Status. Wenn man hier hineingeht, sieht man seinen Sleepscore sowie, wenn man runterscrollt, seine Schlafzeit, seinen tatsächlichen Schlaf- bzw. Punkte wie Kontinuität, Unterbrechungen, die ganzen Schlafzyklen und natürlich auch die ganzen Schlafphasen aufgeteilt bzw. kann man hier auch eine Bewertung abgeben. Wenn man dann wieder zurückgeht, kann man auch auf ANS-Status klicken. ANS bedeutet autonomes Nervensystem und zeigt auf, wie gut ich mit Stress umgehen kann. Momentan schaut das Ganze bei mir ganz gut aus. Hier sehe ich auch die Herzfrequenz, mein Schlag-zu-Schlag-Intervall, meine Herzfrequenz, Variabilität, Atemfrequenz etc. Bus durch Schlaf zeigt mir mein voraussichtliches Energieniveau während des Tages an. Helle, längere Balken zeigen an, dass ich hier energetischer bin, während dünklere, kleinere Balken anzeigen, dass ich hier eher wenig Energie habe. Hier sehe ich dann noch einmal kurz meinen Schlafindex, meine Schlafzeit und auch ein Schlaffenster wird mir empfohlen, wann ich optimalerweise ins Bett gehen sollte. Auch die nächtliche Hauttemperatur wird von der Uhr ermittelt und zeigt mir dann an, wie sehr diese von meinem Durchschnitt abweicht. Auch den Cardi-Load-Status finde ich auf der Uhr. Dieser vergleicht meine aktuelle Belastung mit meiner langfristigen Belastung. Optimalerweise soll er zwischen 0,8 und 1,2 sein. Bei mir ist er genau 1,2. Das bedeutet, dass sich meine Fitness verbessert. Geht er zu weit unter 1, dann kann es sein, dass ich Fitness verliere. Und ist er zu hoch, kann das bedeuten, dass ich übertrainiere oder dass ich in Gefahr laufe, mich zu verletzen. Auch Trainingsvorschläge finde ich auf der Uhr eingeteilt in Kraft, Cardio oder Mobilität. Für heute würde das bedeuten, dass ich Core-Training machen soll, etwa 25 Minuten. Wenn wir hier hineingehen, sieht man, dass ich 40 Sekunden jede Übung ausführen soll. Und dann habe ich eine Pause. Und hier sieht man dann zum Beispiel auch, welche Übungen das sind. Weiters finden wir den Punkt Navigation. Hier können wir uns die Karten anschauen, welche Karten installiert sind. Beziehungsweise hier können wir auf unsere Karte zugreifen, falls wir uns orientieren müssen. Und dann gibt es natürlich auch noch so Widgets, wie zum Beispiel, wann ist Sonnenuntergang, Sonnenaufgang? Wie sieht das Wetter aus? Ja, und hier sind wir dann wieder beim Watchface. Wenn man von oben nach unten wischt, kommt man zu so einem Schnellmenü, wo man ganz schnell irgendwelche Funktionen auswählen kann. Von unten nach oben kommt man zu seinen Benachrichtigungen. Drückt man die Taste in der Mitte und bleibt länger oben, dann kommt man zu seinen Aktivitäten. Hier kann man sich 20 vordefinieren in der App, die dann auf der Uhr zur Auswahl stehen. Drückt man die Taste links unten, kommt man generell wieder zu einem weiteren Menü. Hier kann ich noch einmal mit Training starten. Ich kann aber auch Atemübungen machen, meine Strava Live-Segmente mir anschauen, Speicher auffüllen. Hier kann ich einstellen zum Beispiel Esserinnerungen oder Trinkerinnerungen. Ich kann einen Timer stellen. Ich kann diverse Tests ausführen, wie einen orthostatischen Test, Beinerholungstest, Blutsauerstoff, EKG etc. Soweit ein grober Überblick über die Funktionen der Vantage M3. Wer sich hier ein genaueres Bild machen möchte, kann sich gern mein Testvideo zur Vantage V3 bzw. zur Creed X2 Pro ansehen. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest. Beziehungsweise wenn du zukünftig keine Videos verpassen möchtest, dann kannst du doch gern meinen Kanal abonnieren. Und wenn du mein Video bis zum Schluss fertig schauen könntest, dann wäre ich dir auch sehr, sehr dankbar. Denn das mag der Alkohol Rhythmus und dann weiß er, dass er mein Video weiterempfehlen kann. Ich sage Dankeschön und schon geht es wieder weiter. Schauen wir uns die Daten der Vantage M3, der Vantage V3 und der Creed X2 Pro an, wird man feststellen, dass sich diese kaum unterscheiden. Es gibt aber ein paar kleinere Unterschiede und diese habe ich für euch zusammengefasst. In erster Linie unterscheiden sie sich beim Preis. Die Vantage M3 kostet 399,90 Euro, die Vantage V3 599,90 Euro und die Creed X2 Pro 749,90 Euro. Auch bei den Materialien gibt es Unterschiede. Die Vantage M3 hat sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite ein Gehäuse aus Kunststoff und die Lionette ist aus Edelstahl. Die Vantage V3 setzt auf Aluminium für die Vorderseite und für die Lionette, während die Rückseite ebenfalls aus Kunststoff besteht. Und die Creed X2 Pro ist noch robuster mit einer Vorderseite und einer Lionette aus Edelstahl sowie einer Rückseite auch aus Kunststoff. Hier muss man aber dazu sagen, dass es die Creed X2 Pro auch in einer Titan-Variante gibt. Zusätzlich zu den Materialunterschieden gibt es bei der Polar Vantage M3, V3 und Creed X2 Pro auch Unterschiede in der Wasserbeständigkeit. Sowohl die M3 als auch die V3 sind bis 50 Meter wasserdicht, während die Creed X2 Pro mit bis zu 100 Meter eine höhere Wasserbeständigkeit aufweist und zudem den Militärstandard MIL-STD-810 entspricht, was sie besonders robust für extreme Bedingungen macht. Alle drei Modelle haben ein AMOLED-Display, aber die Vantage M3 hat das kleinste mit 1,28 Zoll, während die Vantage V3 und Creed X2 Pro jeweils ein 1,39 Zoll Display haben. Dafür ist das Display der M3 das hellste mit einer maximalen Helligkeit von 1500 Nits, während die V3 und die Creed X2 Pro nur 1050 Nits schaffen. Es gibt auch Unterschiede bei der Akkulaufzeit. Die Vantage M3 bietet 30 Stunden im Trainingsmodus, 70 Stunden im Energiesparmodus und 7 Tage im Smartwatch Modus an. Die Vantage V3 und Creed X2 Pro schaffen 43 Stunden im Trainingsmodus, 140 Stunden im Energiesparmodus und bis zu 10 Tage im Smartwatch Modus. Und last but not least gibt es auch Unterschiede in Größe und Gewicht. Die Vantage M3 ist die leichteste und kompakterste der drei Uhren mit 53 Gramm und einer Gehäusegröße von 44,7 Millimeter. Die Creed X2 Pro ist die größte und schwerste mit 79 Gramm und 48,6 Millimeter Durchmesser. Und die Vantage V3 liegt mit 57 Gramm und 47,3 Millimeter dazwischen. Neben diesen genannten Unterschieden bietet aber die Vantage M3 alle Funktionen an, die die V3 und die Creed X2 Pro ebenfalls bieten. Ein Novum der M-Serie sind definitiv Offline-Karten. So kann man sein Polarkonto mit Strava und Komod verbinden, hier werden dann die Routen synchronisiert und anschließend hat man dann die Möglichkeit einer Strecke direkt auf der Uhr zu folgen. Wichtig ist natürlich auch, wie gut bei einer Uhr die Messungen funktionieren. Hier ein paar Beispiele zur Pulsmessung. Bei diesem Lauf bin ich flott und konstant unterwegs gewesen. Der Puls steigt stetig an, bleibt aber ohne große Schwankungen. Hier kann man definitiv auf den Brustgurt verzichten, denn wenn man die Unterschiede in der Pulsmessung ansieht, liegen die Durchschnittswerte nur 0,12 Schläge auseinander. Also das ist echt ein top Ergebnis. Auch bei diesem Lauf ist das Ergebnis richtig gut. Am Anfang war der Brustgurt noch nicht ganz feucht, daher gibt es hier so eine kleine Differenz. Aber im restlichen Lauf sieht man eine sehr hohe Übereinstimmung. Auch hier performt die Vantage M3 wirklich sehr gut. Das Beispiel 3 ist ein Berglauf. Hier ging der Puls ständig rauf und runter. Die Polaruhr misst über größere Distanzen wirklich gut. Allerdings gibt es leider zwei Stellen, an denen der Puls viel zu hoch angezeigt wird und die Uhr Schwierigkeiten hat. Dadurch liegt der Durchschnittspuls am Ende auch deutlich höher als der des Brustgurts. Während die Messung bei meinen Läufen gut funktioniert hat, waren die Ergebnisse beim Krafttraining eher suboptimal. Bei manchen Workouts wurde der Puls durchgehend zu hoch gemessen oder bei anderen, wie beim Beispiel hier, wieder viel zu niedrig. Wer den Fokus auf Krafttraining legt, sollte eventuell eine andere Uhr wählen oder zum Brustgurt greifen. Was die Genauigkeit bei der GPS-Messung betrifft, konnte mich die Polar Vantage M3 wirklich überzeugen. Sie misst eigentlich immer sehr gut, vor allem wenn die Sicht gut ist, zum Beispiel auf einem Feldweg oder in der Stadt. Natürlich, solange keine riesigen Hochhäuser in der Nähe sind. Auch im Wald habe ich keine groben Fehlmessungen feststellen können. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die Uhr nimmt manchmal Kurven etwas zu eng, wodurch die Gesamtdistanz im Vergleich zu anderen Uhren am Ende geringfügig kürzer ausfällt. Grundsätzlich ist die Polar Vantage M3 ein rundes Paket mit einer guten Kombination aus vielfältigen Funktionen und einem schicken Design, das auch Sportlern mit einem schmalen Handgelenk gefallen könnte. Die Sensoren arbeiten zuverlässig und auch die Akkulaufzeit ist ganz okay, sofern man damit leben kann, die Uhr alle 5 bis 10 Tage aufzuladen. Was mich persönlich etwas stört, ist, dass Polar mit der M3, mit der V3 und mit der Critics 2 Pro im Prinzip die gleiche Uhr herausgebracht hat, nur in einem anderen Gewand. Softwareseitig hat sich bei Polar gefühlt seit einer Ewigkeit nichts getan. Und da die Konkurrenz nicht schläft, wäre es meiner Meinung nach schon langsam an der Zeit, die Oberfläche zu modernisieren und ein paar neue Funktionen einzubauen. Die Basis, die Polar bietet, ist ja wirklich top. Aber genug von mir und meiner Meinung. Wie seid ihr die ganze Sache? Wie gut gefällt euch die Vantage M3? Beziehungsweise wie seid ihr meine Kritikpunkte? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Ich bin auf jeden Fall am Ende meines Videos angekommen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.